Hallo in die Runde, da ist er, der Bauer aus dem Markt. Habt ihr das Klatschen hören? So richtig doll klatschen hören? Das war die Abstimmung im EU-Parlament. Da haben die Grünen mit ihrer blödsinnigen Ideologie, die Chemie abzuschaffen, die Agrarchemie abzuschaffen auf den Bauernhöfen, eine richtige Abfuhr tätig gekriegt. Und was soll ich sagen? Die Hilfskirche hat ja nochmal versucht, diesen Antrag zurückzugeben, dass er nochmal diskutiert wird. Wozu? Sie selber müsste ja wissen, gut, ist ja auch keine gelernte Fachkraft, ist ja bloß eine Hilfskraft, egal in welchem Gebiet. Da hat es nochmal geklatscht. Das war richtig zu hören. Ich hab mir erst gewundert, was das ist. Aber nee, das war die Klatsche aus der EU, die die Grünen mit ihrer Ideologie heute abgefangen haben. Tja, vielleicht sehen sie alle ein bisschen bedrüppelt aus, aber vielleicht sollten sie auch mal anfangen, nachzudenken. Nicht zu denken, das geht nicht. Nachdenken, das wäre nicht schlecht. Bis denn, der Bauer aus der Marke. Bis denn, der Bauer aus der Marke. Bis denn, der Bauer aus der Marke. Vielen Dank.